LOL Ich hab das Video noch nicht hochgeladen und ich hab gerade ein Follower Ist es? Kommen wir es sehen? AHHHHH Digga Nice Er kommt erstmal hier direkt rein So Leute und damit herzlich willkommen zu einer Runde Scam TNT One Und zwar wollte ich euch heute mal kurz was fragen Das ist kein richtiges Video, das ist nur so eine kleine Frage Und zwar ohne Facecam So ist das Thema nämlich Facecam Denn ich wollte einfach mal fragen Ob ihr Videos mit Facecam sehen wollt oder nicht Weil ich bin mir jetzt nicht sicher Ob das dann gut anguckt mit Facecam oder nicht Denn ich hab ja keine Ahnung warum Das ist so ein Bug Wenn ich Facecam benutze Klappt das nicht Also es ist recht so schwarze Balken Und das ist ja mal richtig geil Wie wenig ich darunter gefallen bin Ich hab ja so kleine schwarze Balken Die sind jetzt nicht besonders groß Also mega abpacken würde es mich persönlich nicht Ich weiß ja nicht wie ihr das findet Und ob ich lieber so wie jetzt machen soll Halt ohne schwarze Balken Oder mit Facecam Mit kleinen schwarzen Balken Ich mein die sind jetzt nicht besonders groß Für die Leute die nicht wissen Was ich meine Guckt mein erstes Video Da hatte ich das auch Und ihr könnt Das jetzt oben rechts abstimmen Und ich hab grade schon aufgenommen Nur weil wieder Hat die Aufnahme rumgebackt Und ich muss das neu machen Das wird ja cool Ficken Alles klar Ihr könnt doch mal bei meinem Twitter Account vorbeischauen Denn ich hab Ich hab mir jetzt ein Twitter Account erstellt Ich hab auch sehr viele Follower Ja ich bin auf Twitter nicht Ich hab das mir jetzt für den Youtube Kanal erstellt Also ihr könnt mir ja sagen Ob ihr das wollt oder nicht Fuck man Ich bin ganz unten Fick dich Junge Da hab ich verkannt Letzte Scheiß Alles klar So das war nur ein ganz kurzes Video Stimmt oben ab Ob ihr Facecam sehen wollt oder nicht Bei 4 Likes kommt das nächste Video Schaut auf meinen Twitter Account vorbei Ist unten in der Beschreibung Und tschau